Okay, ich fang mal an mit dem Bread Ranking. Oh, Brezeln. Ah, Platz 2. Es muss einfach direkt auf Platz 2 gehen, weil ich liebe Brezeln. Oh, das ist so ein... Ja... Acht. Geht schlechter. Brötchen. Gibt es noch andere Brötchen? Aber so ein niedriges Brötchen ist, glaube ich, einfach die 5. Einfach in der Mitte. Nee. Nee. Einfach nicht so geil. Croissants sind natürlich sehr weit oben. Ja. Bagel. Es nervt mich ein bisschen, dass so ein Loch in der Mitte ist, weil... Also, naja. Das ist ein bisschen schwierig zu essen, aber Bagel... Ja, packen wir mal auf die 4. Oh Gott, jetzt habe ich nur noch die 1 offen. Ich würde sagen, nichts geht über ein solides Graubrot. Deswegen... Nee. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt, was noch kommt. Ähm, Ciabatta. Mal gucken, ob es noch was Besseres gibt. Oh mein Gott, Baguette. Es hätte noch weiter nach vorne gemusst, aber naja, egal. Kann ich jetzt nicht mehr ändern.